Natürlich mit dem Sovitel, mit dem Herrn Steffen Opitz. Savage ist für mich einer der kreativsten Menschen überhaupt, die mit ihrem Charme und ihrer Authentizität so tolle Dinge erreicht. Ja, und da glaube ich, dass sie auch gerade, weil sie eben im Outdoor, also eben draußen ist, dass sie da auch ihren Catwalk direkt an der alten Oper, dass sie das alles umsetzen kann. Also sie hat ja Fotografen, das Fernsehen ist da und da kann sich natürlich jede Marke, die sich dort auch positionieren möchte, in Frankfurt eben über die Fashion Lounge, auf der Webseite von der Seffin kann man sich natürlich bewerben. Ja.